Verletzter Stolz, Eifersucht, abwertende Kommentare, der Rosenkrieg zwischen Amira und Olli erreichte in den vergangenen Wochen stetig neue Höhepunkte. Kein Wunder, dass die prominent Moderatorin das Ehe aus auch in ihrem Podcast Liebesleben regelmäßig thematisiert, so auch in der aktuellen Folge. Dort spricht sie nun von einer permanenten Drucksituation. Ich muss wirklich aufpassen. Gibt es irgendein Bild, irgendwas, was aufregen könnte, weil man nie weiß, was passieren kann? Sie könne sich nicht verstecken und jahrelang zurückziehen und auf ihr persönliches Glück verzichten, nur weil Olli die Geschichte nicht verarbeiten könne. Ich kann nicht Dinge einfach laufen lassen, in denen ich viel Potenzial sehe, so Amira. Ob sie damit ihr Tete a Tete mit TAF Moderator Christian Düren, 33, meint? Unklar. Klar ist hingegen, dass es Amira nach Ollis umstrittener Restiv-Sternchen-CKER-Aussage endgültig reichte. Die 31-Jährige stand kurzerhand auf der Matte des Comedians, um die Fronten zu klären. Da bin ich zu ihm nach Hause gefahren und habe gesagt, bitte lass uns reden. Das kann so nicht weitergehen, so Amira. Ebenso kritisiert sie das Bild, das Olli während seiner Live-Shows von ihr zeichne. Das ist nicht fair. Ich würde das nicht machen. Auch wenn sie verstehen könne, dass ihr noch Ehemann nach den Bildern aus Südafrika verletzt sei. Immerhin scheint eine Sache zwischen dem einstigen Liebespaar allen Streitigkeiten zum Trotz noch zu klappen. Die Betreuung der beiden gemeinsamen Kinder. Die Moderatorin lobt. Es funktioniert super. Olli gibt sich so viel Mühe. Ich bin total happy, dass wir da so funktionieren. Apropos Kinder. Auch dazu hat die 31-Jährige Neuigkeiten für ihre Fans. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich noch mehr Kinder kriege. Eins noch. Nur noch eins. So eine süße, kleine Amira wäre schon cool.